Ja, greffen auch. Und die Leute sind nicht gewohnt so spät zu bremsen, weil sie ja dann den Schritt gewohnt sind. Okay, viel Glück Leute. Schakal, nimmst du wieder auf? Perfekt. Schakal war glaub ich überflüssig. Ja. Ja, ich war schon früh auf der Bremse. Ja, sorry. Was? Hä? Ach nee. Er ist nicht gemacht. Ich bin an der Mauer langgefahren, mitten in der Geraden, auf einmal puff. Total Schaden. Kein Hindernis gar nichts. Ja, hab ich mir auch schon passiert durch so ne komische Ecke in der Mauer, die man jetzt sieht. Ja. Ja. Oh fuck. Nix. Da hab ich mal ein Hindernis. Schade, Mech. Scheine. So ein Geallo. Dann packen Sie den Pain. Dann packen Sie licen. aber gut war schön sauber ne ja schön ab noch viel spaß user disconnected from your channel Nadine machst du irgendwas im internet? jetzt ist es egal hm? wie schon? hm? was ist jetzt los? ja ich bin raus ich bin raus viel spaß euch noch jungs bis die Tage da hätte man ihn zu zweit eingepasst Justin ja user disconnected from your channel sorry nein nein ist ok oh man ja dann ist ja gut oh Steffen ja 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 Das war's. 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 Das war's.